Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play FIFA Ultimate Team. Jawohl, und wir spielen heute Online Season? Online Season. Wie ihr seht, ich habe zwei Punkte. Ich habe ein bisschen verkackt. Zwei Spiele und zwei unentschieden. Muss ich zugeben, die Gegner waren ziemlich gut. Punkte Prognose immer noch kaputt. Also ich hoffe, das wird irgendwann gefixt. Wie man sieht, null Punkte bin ich ja jetzt schon drüber. Also, versuchen wir doch jetzt einfach mal meinen ersten Sieg zu schaffen. Aber ich glaube, ich muss mal ganz kurz. Ah, wobei, es geht sogar eigentlich noch. Hier, der, da kann man so eine Fitnesskarte haben. Einfach, weil der ein bisschen fertig ist. So, die sind aber in Ordnung hier, ne? Ich möchte mal ganz kurz Alva und Marcelo ist halt, ja... Marcelo ist halt, ich finde, insgesamt ist er besser. So, dann suchen wir mal einen Gegner. Mal gucken. Müssen wir ja bald einen finden. Oh, ein Liverpool. Bayern? Dann wohl doch eher Englisch, oder? Deutsch. Ein deutsches Team. Äh, ja, gar nicht mal so schlecht. Verteidigung ist ein bisschen scheiße. Aber der Sturm nicht zu unterschätzen. Hm. Manager habe ich keine Ahnung, wer das war. Ganz ehrlich. Ein Punkt in der letzten Partie. Heute muss ein Leier her. Mal schauen. So. Die ziehen wir doch ab. So, jetzt genug geredet. Genug spekuliert. Die können ja gar nichts. Nun wird hier Fußball gespielt. Die können alle nicht. Zack, da ist schon der Ball. Und der Unterteisch im heutigen Spiel heißt Sergej Piputkin. Oh, Alter, wie drückt der denn? Wer war das denn? Perisic? Alter, wie hat der denn gedrückt? Fuck. Ja, genau. Das ist ja... Das ist ja wohl ein Witz. Ey, wisst ihr, Leute, wegen sowas verliere ich meine Spieler und Spielunentschieden. Was ne Scheiße. Das war der Mannschaftskapitän. Ja, genau. Alter, wozu habe ich denn da ein Piquet stehen? Alter, wozu habe ich da ein Piquet stehen, wenn er sich eh so wegräumen lässt? Ist klar. Erstmal offensiv stellen. Ja, sicher. Der Hünteler macht da so einen Teil rein. Ja, Alter, nimm doch den Ball mit. Komm schon. Alter. Jedes Mal weiß er, wo ich langgehe, ne? Nein, lauf doch weiter, Stoß, Junge. Hol dir den Ball einfach. Oh, wie scheiße. Was war das? Alter. Fuck, ich muss. Oh, pass. Kopfhörer. Ah, Kopfhörer. Fuck, 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 fuck. Ein Wurf rausgeholt. Ach, komm schon. Ich will dich schon wieder verlieren. Alter, das ist gerade megamäßig laut auf dem Ohr. Was für eine Scheiße. Alter, geil, Engine. Toll. Was für eine gequirlte Scheiße einfach nur. Lauf. Ja, nimm den Ball nicht mit. Tolle Idee. Alter, was spielen die denn für eine Scheiße gerade? Boah, und ich kann doch nicht mal sagen, erstes Spiel heute, äh, erstes Spiel des Tages, ne? Ich bin schon das Zweite. So, jetzt mach mal was Gescheites, ey. Geiler Pass. Geiler Pass. Auch gute Flanke. Nein, das gibt's nicht. Alter, ich hab da ein Soldado stehen, Junge. Alter, what the fuck? Ja, 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 träum weiter. Als ob solche Bälle reingehen. Beziehungsweise, überhaupt. No, alter, setz dich doch mal durch, Junge. Boah, alter, was ein Tor, Junge. Alter, was ne Kiste. Richtig geil. Alter, guck dir den Schuss an. Boah, mit dem Außenriss. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm schlicht und ergreifend sich Platz gemacht. Fog the walk, Junge. Nice. Alter, richtig krass gemacht. Aha, Opfer. Der wollte nach da oben spielen. Und die Engine hat mich abgeschackt. Ja, alter, dann nicht zu dem. Scheiße, 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 scheiße. Boah, ist der Shaqiri schnell, ey. Junge. Es regnet. Ich hasse Regenball-Pifas. Regenball-Pifas. Schlimmste. Schlimmer wie normaler Regenball. Ja, genau. Ah, mein Torwart hat den. Oh, oder auch nicht. Easy, put easy. Nice, toll. Genau zu dem wollte ich. Genau zu dem. Oh, oh, ich konnte ihn. Ja, bestimmt. Ah, get in. Scheiße. Ah, Mann. Ich rede voll am Mikro vorbei, aber scheiß drauf, dann übersteuere ich wenigstens nicht. Alter, gib mir den Spieler jetzt. Schlimm, ich bin ein Vieh-Trieg. Scheiße, den haut er rein, oder? Den haut er rein. Boah. Scheiße, der war gut. Oh, was eine tolle Torschusskamera. Dann wäre es richtig gefährlich geworden. Oh, okay. Ein Mini-Stück, ein Mini-Stück fehlt. Viele hatten hier den Torschreicher auf den Lippen. Nein. Hä? Achso, abseits. Alter, ist mega mäßig laut in der Mord, oder? Ohne Witz ist gerade mega mäßig laut. Ja, nimm ihn halt nicht mit. Lass ihn halt laufen. Und Juff ist so eine schnelle Sau. So, da kommt er jetzt hin. Das ist ja lustig. Alter, spiel den doch gescheit, Junge. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Und BAM, hau einfach mal drauf, Alter. Uh, war der knapp. Der war knapp, ne? Scheiße, Junge. Ah, ne, war ein bisschen drüber. Aber kann mal reingehen, sowas. Lass ihn halt durch. Solche tolle Idee, Junge. Bam. Und den hat er nicht gesehen. Nimm doch den da. Ja, na also. Und rein damit. Ah, schade. Schade. Fast. Na, was heißt fast? Überhaupt nicht fast. Aber sah gut aus. Ah, der Marcelo. Ah, fuck. Hol dir doch. Scheiße war das. Scheiße war das. Oh, Glück gehabt. Alter, ist die Hünderler stark. Das ist ein schwacher Fuß. Aber Manni, auch mit dem schwachen Fuß. Also das geht schon besser. Alter, der ist ganz schön stark. Ey, muss man einfach sagen, ne? Ich liebe 14, ist ja nicht schlecht. Ja, den hatte ich doch. Ja, ich nehme ihn nicht mit. Scheiße ist das. Scheiße. Hünderler, du Kackwurme. Ohne Witz. Toll. Super. Alter, die Engine. Und dann gibt sie mir nicht den Pujol, weißt du? Das hasse ich. Ja, Alter. Gib rot, Junge. Jetzt sind wir da hinten reingerutscht. Ja, gib hinterher gleich gelb und rot. Ja, toll. Wo soll ich denn jetzt hinspielen? Marcelo. Alter, Marcelo, der war scheiße. Wie erbärmlich war das denn? Das war ja mal richtig arm. Alter, der Hünderler ist ja übel. Ja, sicher, lass ihn doch durch. Alter, was ne Scheiße. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich hasse diese Engine. Wer hat denn die entwickelt? Das ist so ne Scheiße. Jetzt sind die anderen aber fix und fertig. Weißt du, solche Tore. Ja, geil. Für mich die Entscheidung, mit dieser klassischen Doppelschlag, das muss es gewesen sein. Hammer awesome. Hammer awesome. Finde ich klasse. Ja, hau ihn ein. Ja, genau. Scheiße ist es. Boah, diese verkackte Engine. Kotzt mich schon wieder an. Immerhin 3 zu 1. Richtig scheiße einfach nur. Pause warten auf Gegner. Komm, mach hinne jetzt. Ich will verlieren. Boah, und so lief es auch im letzten Spiel. Und da habe ich noch 3-3 gekriegt. Geil. Unentschieden. Ja, werde ich eh verlieren. Weil er wieder mit seinen geilen Lack-scheiß-Engine-Toren da seine Teile macht. Alter, was macht er denn? Ist er auf Zeit spielen oder was? Was ist schlau, der Trainer? Sein Spieler hat die gelbe Karte gesehen. Kriegt er noch eine? Ist er im nächsten Spiel gesperrt? Und das muss ja wirken. Er gibt den Schlappstoß. Ja, ganz klar faul, würde ich auch sagen. Und den schießt Xavier Alonso. Und der macht das so. Bam. Ah, zu schwach. Also Freistöße habe ich echt nicht raus. Ein Wunder. Alter, mach doch schneller. Spielst du bei Mainz oder was? Ja, habe ich gesehen. Und was ein Pass, Junge. Boah, nimm ihn doch an. Ey, Alter. 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 Junge, spiel doch mal gescheit. Was eine Scheiße ist denn das gerade, ey? Alter, ich komme gerade überhaupt nicht auf die Spielerklang. Überhaupt nicht. Das hatte ich auch noch nicht. Mann. Scheiße. Jan, dann nimmt er den nicht. Die Folge des guten Auges. Die Folge des guten Auges. Die Folge der scheiß Enten. Junge. Jetzt setz dich mal durch. Alter Junge. Mach doch ein Kopfballtor. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wollt er sich nicht über den Ball, dann steigt er auch nicht so weit. Ich laufe weg. Alter. Dieser verfickte Engine, ne? Boah, richtiges Kotzgame gerade. Richtiges Kotzgame. Geiler Pass. Awesome. Richtiges Rotzgame. Ohne Spaß. Ja, was ein Pass. Geil. Awesome. Antizipieren. 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 Er lebt die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Er hüpft wie ein Känguru. Alter Scheiße, mach ihn doch rein. Warte, ich lege auf. Alter, die Reporter kotzen an, ne? Das ist keine Einheit mehr in diesem Stadion. Die Mannschaft und die Fans auf dem Weg. Alter, ohne Witz, die Reporter, die die ankotzen nur. Die Fans, die zahlen viel Geld, die zahlen Eintritt. Ja, und dann zahlen Eintritt und kriegen die scheiß Engine zu bieten, oder was? So sieht das der Trainer gern. Gute Übersicht im richtigen... Hey, 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 ich renne da hin. Fuck you. Oh, war da keine Pace, Nuhu. Na, ich sag's nicht. Ey, ohne Witz. Ja, genau. Da, Junge. Stirb. Ohne Witz. Was ein Spasti. Ja, und der hält den natürlich. Boah, ist das kotzig. Ankotzend einfach nur. Ja, genau. Boah, ich muss... Ich muss auf... Ausmachen. Ich sterbe. Ich sterbe an irgendeinem Schlag. Ich weiß nicht, an welchem... Boah, was ein Pass. Nice. Und... Engine, danke schön. Tor, Junge. Hast du jetzt davon. Spasti. Kotzt das an. 4 zu 2, ne? 3 zu 2, ja. Sensationelle Wende. Oh nein. Oh nein. Bam. Ja, der hält den. Ach, scheiße. Fuck. Hält die so Raubbolzen dürfen. Ja, komm, ist gut. Ja, Alter, da hängt denn seine Hand im Weg. Willst du mich verarschen? Kopfballtor, schade. Ecke. Das kann passieren. Es war eine schöne Ecke, aber dann Ballbesitz für den Gegner. Jetzt komm. Und wieder eine Ecke. Ja. Der hält den. Scheiße. Was war das denn schon wieder? Ich verstehe dieses scheiß verfickte FIFA nicht. Wie kann man denn so eine Scheiße programmieren? Mal ernsthaft. Was ein Code. Ja, Junge, was war das denn für eine Annahme? Und Premium-Flanke nach vorne. Ich drück voll durch. Dann kommt da so eine Flanke raus. Was ist denn jetzt los hier? Barrikade oder was? Jetzt spiel ihn nach... Alter, spiel ihn doch nach vorne. Boah, Alter, ich spuck so meinen Laptop voll, ne? Ich muss den danach erst mal... Alter, damit kann ich irgendwas waschen. Alter. Weg. Ja, bestimmt. Sicher. Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Den hat er jetzt nicht sauber erwischt. Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Koke, Koke, du bist schnell. Lauf doch weiter, du Spasti. Balleroberung im Mittelfeld. Die verstehen sich blind. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Nein, scheiße. Ah. 83. Fuck. Ich muss echt... Ich muss jetzt echt nach vorne. Ich muss jetzt echt nach vorne. Wo ist der ganz große vom Guten? Oh, Junge, ja. Wie schnell ist der? Warum setzt er... Ah, schade. Hol dir den Ball. Hol den Ball doch. Ah, scheiße. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Nach vorne jetzt. Woher weiß der sowas, ne? Das... Ohne Witz. Was eine Kotze. Ja, sicher. Gretz, doch in dem Moment. Dann halte ich dich erst recht nicht für einen Cheater. Ja, genau. Scheiß Cheater einfach nur. Junge. Ja, willst du Stress? Und... Komm mal! Willst du mich verarschen? Alter, gib mir doch den richtigen... Ja, hau ihn doch einfach weg! Ja, scheiße! Kotzig! Mit so Lacktoren. Wie hat der Opa gesagt? Fritz Walter-Wetter. Und ein tolles Spiel. Ja, und das ist ja genau das... Ohne Witz. Wie scheiße ist das denn? Sowas kotzt mich an. Haltet jetzt die Fresse, ihr Scheiß-Kommentatoren. Boah! Junger Vater. Was ne Scheiße! Die Punkteprognose funktioniert. FIFA hat was geschissen gekriegt! Ja, Mann! Und mit diesen Worten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich geh jetzt erstmal ne Runde kotzen. Äh, ja. Danke. Bis, tschüss. Bis, tschüss. Bis, tschüss. Bis, tschüss. Bis, tschüss.